Willkommen zurück zu Silent Hill Fears Room. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung, dass im Moment die Parts nicht so regelmäßig hochgeladen werden von mir. Ich habe tatsächlich wenig Zeit oder ich verquatsche mich gerne und ich bastle da auch gerade im Hintergrund immer privat an etwas herum, woran ihr vielleicht auch noch eure Freude haben werdet. Ich verrate es aber mal einfach gerade noch nicht. Aber es hat ein bisschen was mit Kommunikation zu tun, um vielleicht miteinander etwas mehr ins Gespräch zu kommen. Und ja, mal gucken, wie das so dann läuft. Aber irgendwie weiß ich mal gar nicht, an welcher Ecke ich gerade zuerst was machen soll. Und ja, und manchmal bin ich auch tatsächlich einfach kaputt, quatsche, habe keine Lust zum Aufnehmen und denke mir ja auch, komm, muss das jetzt sein? Muss es sein? Und ja, jetzt habe ich mich dazu errungen, habe mich tatsächlich vorhin nochmal eine Stunde hingelegt und mir gesagt, komm, das muss jetzt sein, ich nehme jetzt nochmal auf und das mache ich jetzt. Tut mir also leid, Leute, ich weiß, ihr wollt weiter gucken. Aber wir kriegen dieses Spiel auf jeden Fall zu Ende, natürlich. Also ich versuche mich ja ranzuhalten und freue mich auch immer, dass ihr da so viel Verständnis irgendwie aufbringt und mir nicht so an die Gurge geht oder mich sofort deabonniert oder was weiß ich, sondern ja, dass es so gut läuft. Ich nehme mal nicht so zum grünen Pfeil. Das ist, seit wann wird mir das denn hier so nett angezeigt? Oder fällt mir das erst jetzt auf, dass ich mit grünen Pfeilen hier, also so, dass ich hier weitergeleitet werde? Ne, ne, ich war nämlich doch auf der Seite. Hier hinten ist doch das Treppenhaus. So, ich muss jetzt wahrscheinlich nochmal in die Türen reingehen. Ich weiß, dass da noch diverser Kram rumlag, wie das Medaillon und so. Ich gehe jetzt nochmal in die Türen rein und, ja, ist klar. Und guck noch mal schnell hier, was ich übersehen habe, haben könnte. So, war hier jetzt was zum Einsammeln noch? Ich hatte ja immer nicht genug Platz irgendwie. Wo ist zum Beispiel dieses Medaillon und so, was ich noch haben wollte? So, ich laufe hier nur schnell durch. Hier ist die eklige Leiche, hier war auch nichts zum Einsammeln. War hier noch was? Ne, ich will nämlich auch alle, ähm, ja, ruselig. Alle Tränke und so mitnehmen, die man einsammeln kann. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wo war, was ich nicht mitgenommen habe. Ich weiß nicht, was es mit den Blumen hier auf sich haben soll. Das verwirrt mich irgendwie. Vielleicht muss man die... Ja, ich habe keine Ahnung, was man mit denen machen könnte. War hier bei ihm noch was? Hier waren die, äh, diese komischen Stängeldinger. Guck mal, hier ist noch was zum Mitnehmen. Ah, okay, der Raum. Alles klar, jetzt habe ich schon zwei Nährstoffdrinks. Das ist super. Ah, knapp. Und noch was. Da ist dieses Medaillon. So, das habe ich jetzt auch. Jetzt ist mein Inventar auch schon wieder voll, ne? Ah, es geht so schnell. Ja, dann kann ich das doch, kann ich das ausrüsten? Jawohl. Ach, das funktioniert hier direkt jetzt. Also, es sind, ja, kann man sich ja eigentlich fast denken, ne? Dass das Geister sind, die die Rollstühle fahren. Das heißt, das Medaillon aktiviert sich jetzt automatisch, weil ich, äh, das ausgerüstet habe. Und ja, das stimmt. Hier war dieses Rollstuhl in Schatten und auf einmal war es weg. Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Sehr gruselig. Definitiv. Was hatten wir hier? Achso. Was zum Teufel. Ja, ich weiß auch nicht. So, dann gehen wir wieder raus hier. Hier waren die Viecher. Kann man hier Wasser holen? Am Waschbecken? Äh, hier waren die. Alles klar. Ach ja, das war die Haut, ne? Dieses eklige... Okay. Hier waren die Röntgenbilder, aber hier war auch nichts zu holen mehr. Was ist hier noch? Weil du da hinguckst? Er hat doch hier hingeguckt. Da. Guck doch. Da guckst du. Was ist denn da? Ah, hier die Muni. Die habe ich auch noch. Kann ich die überhaupt nehmen? Oh. Haha. Ein Platz war noch frei. Sehr schön. Okay. Ja, dann habe ich, glaube ich, jetzt alles Wichtige eingesammelt. Da war noch ein Golfschläger, aber egal. Der ist mir jetzt mal nicht so wichtig. Ach ja, und hier war sie, ne? Ja. Ja. Alles klar. Kann ich auf sie schießen? Kann ich ihr wehtun? Dem ekligen Kopf? Okay. Die stöhnt so. Widerlich vor sich. Ach ja. Toll. Mehr kann ich nicht tragen. Das Dilemma. Das brauchen wir nämlich. Das ist nämlich unser Schlüssel. Wie sieht es denn aus mit den... Naja, er ist... Ihm geht es viel zu gut. Scheiße. Okay, ich merke mir mal den Raum. Das ist natürlich blöd jetzt. Also der ganz hinten links. Und dann können wir nämlich durch die eine verschlossene Tür, nehme ich mal an. Und ich laufe mal weg. Toll, Hände. Toll. Ja. Och Mann. Ja. Ist okay. So. Jetzt muss ich leider zwangsläufig wieder zurück. Ihr seht ja, wie schwierig das... Ich weiß auch überhaupt nicht, wie man das machen soll, ohne hier wieder zurückzulaufen. Ganz ehrlich. Also, es geht ja gar nicht anders. Man muss ja immer wieder zurück. Um den Kram halt loszuwerden. Man kann doch nicht alles die ganze Zeit mit sich rumschleppen. So, wieder zurück im Apartment 302. Yay. Boah, hier waren wir ja noch gar nicht oft. So. So. Ja, dann ab an die Kiste. Äh, dann packen wir doch mal ein bisschen Muni weg. Und ein... so ein Drink weg. Und... So, dann haben wir zwei Heilungssachen. Die Tasche behalte ich mal, falls wir Aline finden oder so. Dann kann sie ihre Handtasche wieder kriegen. Dann haben wir noch die Heiligenkerze. Äh, aber wir haben kein Feuerzeug, ne? Spezielle Kerze gegen Geist beginnt zu wirken, kurz nachdem sie angezündet und abgestellt wurde. Aber wir haben doch noch gar kein Feuerzeug. Bringt es dann was, die Kerze mit mir rumschleppt? Also im Moment nicht. Aber wenn ich dann unterwegs wieder ein Feuerzeug finde, ist auch blöd. Hm. Ich lasse es mal so. So sind gerade zwei Plätze frei. Ich denke, das ist okay. Ach ja, ich gehe immer noch hier falsch. Äh, ich denke immer, wir müssen durch das Loch. Wir sind so oft da durchgegangen, da hinten, im Badezimmer. Dass ich immer noch daran denken muss, dass wir jetzt hier sind. Und ich habe Hunger. Ja, ich sollte was essen. Ich hätte es vor der Aufnahme tun sollen, habe ich aber nicht. So, und du, äh, nimmst mal wieder deine Axt und dann, äh, der Axtmörder Henry. Und gehst hier bitte... Oh, immer... Ist ich immer... Ich denke, ich muss noch ein Stockwerk höher. Das ist ja... Panne. Oh, ich bin doch schon ausgewichen. Wollt ihr mich veräppeln? Geh mal um, ich spiele. So. So, hol dir deinen Schlüssel. Schlüssel. Krankenzimmerschlüssel. Oh! Krankenzimmerschlüssel. Im Krankenhaus gefundener Schlüssel. Es ist wahrscheinlich der Schlüssel zu Aylines Krankenzimmer. Scheiße. Hallo. Verschlossen. Benutz ihn. Ja, äh, ist klar. Bin ich hier in so einem fucking Käfig? Mit einer Schlange. Alles klar. So, hier raus. Ähm. Lass mich mal überlegen. Es wird wahrscheinlich hier um die Ecke sein, ne? Jawoll. Ah, Aileen! Hier sind ein Skalpell, eine Schere und andere chirurgische Instrumente. Was machen die hier? Aileen! 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 Aileen, relax! Aileen, relax! Henry? From next door? What are you doing here? I don't... I don't know where to start. There was this strange hole in my room. I saw people getting killed. All these weird other worlds. And I saw you get attacked, too. What are you talking about? I'm supposed to believe that? But it's true. And there was a kid with you. Oh. 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 I remember now. I was getting ready to go to my friend's party. The boy protected me from the man with the coat. I'm sorry. I didn't believe you. I guess there's something wrong with me. I just feel so scared. This place. Where is it, anyway? I don't know either. But I do know. That if you get killed here. Then you die in the real world, too. Anyway. The only way out of here is through that hole. Okay. Okay. Take me with you. So. Eileen ist jetzt in Obhut von Henry. Also, Mia. Ja. Das wird total toll. Weil, ja. Genau das. Es ist immer total schön, wenn man halt Leute mit sich rumschleppen muss, auf die man leider aber keinen direkten Einfluss nehmen kann. Das heißt, wir müssen sie jetzt immer ganz schön beschützen und wir werden jetzt mit ihr einfach mal zurückgehen, wenn es geht. Oh. Wo sind die Rollstühle hin? Es sieht nicht so aus, als käme ich hier weiter. Okay. Ich würde gerne mal wissen, was sie dazu sagt von ihrem komischen Gesicht. Ist das jetzt noch hier? Das ist nicht mehr hier. Das ist ja merkwürdig. Es ist nass vom Regen. Ach nee, das war ein anderer Raum. Stimmt. Das war... Das war der Raum hier. Komm mal mit. Komm mal hier. Was sagst denn du dazu, bitte? Dass du hier bist. Das ist doch voll krank. Dazu muss sie doch was sagen. Das ist sie doch selber. Das ist ein Schmerz. Das kann nicht passieren. Ja. Und sonst sagst du dazu nichts, dass du einen riesen Kopf von dir selber hier siehst? Ja, dann nicht. Dann gehen wir wieder. So. Soll man dazu auch sagen. Wir gehen jetzt langsam. Da kommt eine Gegnerin. Da kommen welche. Scheiße. Ja, schnell, schnell. Das habe ich gut gemacht. Das habe ich gut gemacht. Ohne Pistole. Aber nochmal gehe ich das Risiko ehrlich gesagt nicht ein. Ist die denn immer noch nicht tot oder was? So, komm. Es ist ja schön, dass die jetzt hier kommen. Ey, du willst doch nicht da... Die lebt noch da hinten oder was? Echt? Wollt ihr mich... Was ist hier? Ach, der Fahrstuhl geht jetzt? Der Aufzug muss auf einem anderen Stockwerk sein. Ich muss die Taste auf der rechten Seite drücken, um ihn zu rufen. Äh, okay. Damit ruft man wahrscheinlich den Aufzug. Soll ich die Taste drücken? Ja, mach, mach. Und wenn wir jetzt den Aufzug nehmen? Toll. Gar nicht gruselig. So, wir haben jetzt hier aber den Aufzug für uns oder wie? Kleine Maus, hm? Ja, ja, ja. Was hast du dir so gedacht? Alles mit Ausnahme, der Auf-Zu-Taste ist kaputt. Natürlich. Ja, dann gehen wir jetzt doch die Treppe nehmen hier so. Komm. Kleine. Und dann, äh, spiele ich Held. Ich bin der geile Henry. Was ist denn jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Ja, komm. Ja, komm, 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 komm. Verloben. Warum sind jetzt hier auf einmal so viele neue Gegner? Das ist voll gemein. So, ey, diese Fässer. So eklig da drauf zu trampeln. Ey, ja, hör auf zu zucken. Jetzt trete ich nochmal auf dich drauf. Geht's dir gut? Nein. Oh Gott. Der Aufzug ist ja nicht mehr da. Sie ist verschlossen. Hier ist eine Tür? Wieso ist hier eine Tür? Okay. Wie, wie, wie merkwürdig. Ähm, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir wollen hier nach rechts, äh, damit wir durch das Loch gehen können. Wenn es denn geht. Und du brauchst neue Muni, ne? Jetzt brauchen wir die Muni. So, durch das Loch. Mal gucken, was jetzt passiert. Kann sie mit? Genau. Mein Name ist doch ganz bewusst. Also, ich bin hier in der Mitte. Okay. So, ich bin hier in der Mitte. Wie, wie geht es denn? Ja. Ich bin hier in der Mitte. Also, ich bin hier in der Mitte. Ich bin hier in der Mitte. Sch sleefer- 24h. Ich bin hier in der Mitte. Ich bin hier in der Mitte. Das ist schon möglich. Und wie ist das? Eileen, sie ist fort. Also hat sie es nicht geschafft? Also ist Eileen nicht mitgekommen. Was? Was ging jetzt ab? Guck mal da durch. Können wir hier was sehen? Irgendwas mit der Scheibe gerade? Was hat hier geklärt? Was hat hier geklärt? Ich weiß es gerade nicht. War es das Fenster? Ist das irgendwie anders? Können wir da durchgucken überhaupt? So? Nee, also das geht eh nicht. Was ist hier passiert? Oh oh, ich mag das gar nicht, wenn hier im Apartment immer irgendwas passiert, wenn ich ehrlich bin. Die Luft in diesem Raum scheint schwer. Da ist was unter der Tür durchgesteckt worden. Und der Ventilator ist runtergeknallt. Wow. Oh, der Ventilator ist von der Decke gefallen. Das Zimmer, es ist so bedrückend. Oh oh. Oh oh. Und das ist jetzt auch so komisch rostig hier, ne? So ein bisschen. So Silent Hill. Scheiße. Was macht ihr hier? Stützt dich bitte nicht aus dem Fenster da drüben, denn so schnell kann ich nicht rüber. Da unten ist auch einer, der vorher nicht da war, der da auf der Couch jetzt sitzt. Draußen ist es irgendwie dunkel. So abendlich irgendwie. Und was macht unser Radio? Gar nichts. Das ist auch gruselig. Fernseher können wir anscheinend nicht mehr benutzen. Was war mit dem Ding hier in der Decke? Warum ist das jetzt weg? Da war doch so ein Fleck. Okay. Können wir zu Aileen rüber gucken? Ja, da ist das gruselige Häschen immer noch. Alles klar. Dann nehmen wir uns mal jetzt den Zettel hier. Es ist ein Roter Umschlag. Es ist ein Brief mit einem kleinen Schlüssel darin. Oh. Du hast diese Welt auch gesehen. Diesen furchtbaren Albtraum. Aber wenn du hineingezogen wirst, ist es nicht einfach nur ein Albtraum. Verlier dich nicht darin. Wenn du hineingezogen wirst, wirst du getötet. Aber es gibt noch Hoffnung. Vielleicht könnte dich dieser kleiner Schlüssel führen. Wenn du die Tür mit der eingesetzten Tafel gesehen hast, sieh auf der anderen Seite der Tür nach. Geh dann immer weiter hinunter, bis in seinen tiefsten Teil und suche nach der ultimativen Wahrheit. 20. Juli. Joseph. Sie legen rotes Tagebuch 20. Juli in ihr Notizheft. Sie haben den kleinen Schlüssel. Kleiner, normaler Schlüssel, der im roten Umschlag gefunden wurde. Okay. Das weiß ich nicht, was das jetzt heißt. Das ist die ultimative Wahrheit. Die absolut ultimative Wahrheit. Alles klar. Waren die vorher auch da? Und ich habe sie nicht gesehen. Hä? Sieht aus wie ein Stück aus einem Tagebuch. Walter Sullivan beging Selbstmord. Er starb in seiner Gefängniszelle an Blutverlust, nachdem er sich mit einem Löffel in den Hals gestochen hatte. Sein Körper wurde in einem nicht markierten Grab auf einem Friedhof gleich außerhalb seiner Heimatstadt Silent Hill begraben. Das hatten wir damals in Silent Hill 2 in den Zeitungsartikel gelesen mit dem Löffel. Genau, so war das. Danach wurde er weltweit berühmt und es schien, als wäre seine Reihe von Massenmorden nach 10 von 21 beendet. Aber drei Jahre später wurde eine Leiche gefunden, in die 12 von 21 eingeritzt worden war. Die Leiche war bereits sechs Monate tot. Das heißt, dass diese Person zweieinhalb Jahre nach Sullivans Selbstmord getötet wurde. Der Modus Operandi entsprach genau Sullivans. Mit einem Unterschied. Bei allen zehn Opfern Sullivans war das Herz entfernt und die Brust fachmännisch wieder zugenäht worden. Beim Opfer 1221 jedoch war das Herz noch vorhanden. Die Polizei geht von einem Nachahmer aus und geht entsprechend vor, macht aber keinen Fortschritt. Vor kurzem wurde Opfer Nummer 13 entdeckt. Auch das Herz dieser Leiche war intakt. Die Polizei hat noch keinerlei Verdächtige. Ich habe eine Hypothese. Nur sehr wenigen Leuten sind die Details der ursprünglichen Morde bekannt und wären in der Lage, Sullivans Modus Operandi so präzise zu kopieren. Zuerst werde ich nach Silent Hill gehen. Zum Friedhof, bei dem schönen kleinen See. Vielleicht finde ich dort die Antwort. 11. Juni Wie lange ist es her, dass ich dieses Zimmer verlassen habe? Ich weiß nicht, ob es Tage oder Stunden sind. Aber inzwischen wurde der Körper von 1421 gefunden. In letzter Zeit habe ich Halluzinationen. Ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Undatiert. An diesem Tag war das Wetter sehr seltsam. Obwohl ich früher einen Sturm gemieden hatte, hing noch immer ein dichter Nebel über allem. Glücklicherweise erlaubte er es mir, ungesehen sofort an die Arbeit zu gehen. Die Polizei geht weiter stur von einem Nachahmer aus. Also dachte ich mir, dass hier noch alles unberührt wäre. Aber ich hatte Unrecht. Ich hätte früher hierher kommen sollen. Der Friedhof war in einem solch schlechten Zustand, dass es fast traurig war. Der Sturm muss den Wasserspiegel des Sees angehoben haben. So war es jedenfalls, als ich Walter Sullivans Grab fand. Das Tagebuch ist hier ziemlich beschädigt und ich kann nichts entziffern. Ich bin immer noch geschockt. Es war kein Körper am Grab. Und vor allem standen auf dem Sarg die Zahlen 1121. 14. Juni Okay, das wird wohl alles hier gewesen sein, glaube ich. Es ist unheimlich, diese roten Zettel jetzt, dass hier das langsam zusammenkracht. Ob es wohl damit zu tun hat, dass wir Aileen gerettet haben und sie aber natürlich immer noch auf der anderen Seite ist. Wir müssen rüber und die ultimative Wahrheit finden auf der anderen Seite. Und ich nehme mal an, wir werden so langsam immer tiefer ins Geschehen kommen. Und ich bin gespannt darauf. Und ich bin gespannt so auf eure Analysen, was die Sullivan-Morde angeht. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.